Hallo zusammen, schönes Wetter und heute habe ich mich entschieden in Street-Workout-Fitness zu gehen. Und zwar draußen. Ich mag so ein paar Übungen für die Brust, für den Rücken und so weit. Super Sätze, Agonisten mit Antagonist Kombination. Ich mag das sehr, weil das ist einfach Komplexübungen. Einfach schauen und selber ausprobieren. Es ist sehr schwer, mit deinem eigenen Kyoko-Gewicht zu trainieren. Aber es macht auch Spaß, solange du das kannst. Macht viel Spaß und wir sehen uns nächstes Mal. Abonnieren очbar sich wahrscheinlich loaded zu klein. Abonnieren Ich bin echt schwer. Ich weiß, wie schön, denn kannst du wenigstens für dich ausgehen. Abonnieren Abonnieren Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist okay, es ist okay, es ist okay.